Wenn der jetzt rückwärts fährt, dann bin ich klar. Was egal. Dann bin ich so was Schönes überfahren worden. Auja. Dagegen ist jeder andersherum doch scheiße, oder? Das einzig wahre, was damit vergleichbar ist, ist ein alter V8. Nee, nicht wahr. Doch. Wenn der jetzt wirklich draufgetreten hätte und Krach gemacht hätte. Das ist schon ein Highlight gewesen, oder? Ja, glaube ich gleich nochmal Krach.